Als ich heute Morgen, es war noch ganz dunkel, Richtung Hallenbad gefahren bin mit dem Veloc, habe ich schon einen Amseln gehört singen. Und das hat irgendwie gut getan. Trotz allem, was wir mit unserer Umwelt machen, das ist doch ein schönes Zeichen vom Frühling, das Lied vom neuen Morgen. Wie ein Gruss, wie ein Mönchchen vom Himmel. Hier im Mikrofon bei Radio Tau grüsst Bernhard Jungen von Unfassbar. In diesem Kraftfutter möchte ich über Vögel nachdenken, die uns etwas zu sagen haben. Ich denke zuerst an die Geschichte aus der Bibel von der Kreie, die zurückkommt zur Arche und damit zeigt, dass sie auf der neu überschwemmten Erde nicht oder noch nicht landen konnte. Also war noch Warten angesagt. Und der Taube, der später zurückkommt, mit einem Ölzweig im Schnabel, lässt Noah wissen, es wächst wieder. Es gibt Hoffnung, Gott macht noch einen neuen Anfang. Wir haben ein Kinderbuch, das Noah voll Freude mit dem Ölzweig auf dem ganzen Schiff herumrennt und allen das Hoffnungszeichen zeigt. Kein Wunder, dass das Bild dieser Taube mit dem Ölzweig zum Friedenszeichen wurde. Einmal hat ein Adler zu mir geredet. Ich war mit meinem Sohn im Yosemite National Park in Kalifornien am Fischen. Auf das Mal stürzt sich direkt vor unseren Augen ein Seeadler in den Fluss, taucht unter, verschwindet ganz in den Fluten, taucht auf mit einer Forelle und jetzt der absolut spannende Moment. Er kämpft sich aus dem Wasser, fährt an, seine grossen, nassen Flügel auf- und abbewegen. Glingt ein Wasserstart mit dieser Forelle, die weiss nicht, wie manches Kilo schwer ist. Aber er schafft es und fliegt über unsere Köpfe gegen seinen Felsen zu. Für dieses Erlebnis würde ich mir noch manche feisse Forellen wegschnappen lassen. Ich musste an die Sagen aus dem Altertum denken, vom alten Adler, der in die Flute vom Meer steigt und neu geboren wird. Manch ein Jahr später wurde dieser Adler für mich zu einem Weg weiser. Als ich überlegen war, ob in meinem Leben noch etwas Neues anfangen könnte, ist mir dieser Adler wieder zugeflogen, wo man etwa zwei Worte der Bibel hätte das Herz gelegt. Zuerst aus dem Jesaja. O junge Leute werden müde und schlapp. O starke Männer kommen irgendwann jetzt staupern. Wer aber wartet auf Gott, dem wachs ein Flügel wie ein Adler. Er schöpft neue Kraft, steht auf und läuft mit starken Schritten. Und das zweite Wort aus einem Psalm. Deine Jugend wird neu. Gerade so wie die vom Adler. Das war für mich dann wie das Go, 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 wo wir die Tage in der Fernsehwerbung von Marc Odermatt fast jeden Tag ein paar Mal dürfen hören. Go, go, go! Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was kommt, wo ich gespürt habe, dass da ein grösserer Adler mir voranfliegt, als der vom Yosemite Park und seine Flüge über mir ausbreitet. Das war dann der Anfang von unfassbar. Ich weiss ja nicht, wo ihr heute seid. Glücklichen Morgenfrüh mit Damsungsang. Voll fragen, ob es einen neuen Anfang gibt irgendwo oder einfach müde. Oder ob der Gar angefindet wird, vielleicht. Wenn das ist, noch ein letztes Wort von einem Vogel. Da ist einer heftig angegriffen worden, bedrängt von Finden, die ihm schlecht haben wollen. Es war mehr als der Mobbing. Und er sagt, sie hätten mich in ihrer Wut fast gefressen. Ich bin überschwemmt und mitgerissen worden vor einer Welle von Hass. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Er hat mir geholfen. Ich habe mich befreien und aufflügen wie ein Vogel aus dem Fangnetz. Das Netz ist verrissen und wir sind frei.